Und dieser Gammastrahlenblitz wird das letzte sein, was die Menschheit sieht, bevor sie komplett ausgelöscht wird? Das ist so, als würden wir mitten in den Lauf einer Pistole blicken. Ich weiß von deinem Projekt. Ich weiß auch, dass sie es eingestellt haben. Was, wenn ich dir sage, dass ich einen Plan habe? Das ist das Einzige, das aufhalten kann, was kommt. Heb die Waffe auf und schieß der Frau in den Kopf. Oder ich jage deiner Tochter eine Kugel in den Kopf. Zeit, dich zu beweisen, Joe. Ein optisches Implantat. Ich hatte keine andere Wahl, als das Programm zu beenden. Du hast 15 Minuten, um das nächste Ziel zu erreichen. Die Uhr zählt. Zeig mir, wie stark du wirklich bist, Joe. Warum hört ihr nicht auf damit? Ich hab doch getan, was ihr wolltet. Wenn das Universum erstmal entscheidet, was es will, ist Widerstand zwecklos. Nach Aussage der Polizei handelt es sich bei dem Flüchtigen um einen gewissen Joseph Statman. Hä? Sperren Sie sofort die Strahlung! Was habt ihr mit mir gemacht? Jetzt weißt du, wie das funktioniert, Joe. Je größer deine Wut, desto mehr Energie setzt du frei. Und was jetzt? Jetzt fangen wir erst richtig an. Es ist Zeit. Bitte lächeln! Wow! Du musst noch viel tiefer in dich gehen. Wir brauchen mehr Energie. Ich habe so etwas noch nicht gesehen. Wir sollten hier weg. Da draußen gibt es Mächte, die größer sind als wir.